Doppelter Espresso mit mir und heute gebe ich euch zehn brutal ehrliche Business-Tipps. Die Folge ist, was den Titel anbelangt. Ich gebe es direkt zu, von Alex Hormosi inspiriert, vom Inhalt her allerdings nicht. Ich habe mich hingesetzt und wirklich mal überlegt, wenn jetzt ein sehr guter Freund, du da draußen, hier sitzt, wir machen die Türen zu und der Freund oder auch die Freundin sagt, hey, ich will es unbedingt, Torben. Gib mir aus deiner zehnjährigen Erfahrung innerhalb der Selbstständigkeit mal bitte mit, worauf muss ich achten. Werden diese Punkte teilweise kontrovers sein? Ja, aber es ist mein bester Freund oder meine beste Freundin. Einen Sinn nehme ich mir für alle, die bei YouTube zusehen, extra mal im Glas gewählt, weil viele schreiben immer, in der roten Tasse ist doch gar nichts drin. Doch, ist immer was drin. Nicht immer Kaffee, gebe ich zu. Manchmal auch Wasser, aber irgendwas trinke ich schon nebenbei. So, und jetzt rein. Nummer eins. Triff deine Entscheidung alleine. Und damit meine ich zweierlei. Erstmal der Dude hier, Business-Podcast, Selbstexperimente, hat eine Medienagentur, scheint okayisch zu laufen. Cool. Lass dich inspirieren, aber versuch nicht, es zu kopieren. Du siehst ein Official-Rich-Team, lebt in Dubai, Rolls-Royce, Bugatti und so weiter. Lass dich inspirieren, aber eifer nicht seinem Werdegang nach. Warum? Auch Andrew Tate, Warren Buffett, Elon Musk. Name it. Eifer den Leuten nicht nach. Du siehst nur das Ergebnis. Du siehst nicht, wie sie dahin kamen, den kompletten Prozess. Viele von diesen Menschen sind mit etwas ganz anderem groß geworden, haben Geld geerbt, haben Glück gehabt, lebten in einer anderen Zeit und so weiter. Machen vielleicht sogar nur Geld mit Kursen und gar nicht mit dem eigentlichen Geschäftsmodell, wovon der Kurs handelt. Du kannst dieses Shadow-Prinzip einfach nicht anwenden, weil selbst wenn jemand wirklich genau zeigen würde, was er macht, so seinen kompletten Tagesablauf, dann würde das bei dir nicht funktionieren, weil du müsstest das machen, was die Person tat, als sie an der Stelle war, wo du jetzt bist. Das ist Part 1. Das Zweite, was ich damit meine, ist, triff deine Entscheidung alleine und nicht mit dem besten Freund oder der besten Freundin zusammen. Du glaubst nicht, wie oft ich oder wie lange ich im Studium Leuten hinterhergelaufen bin. Ich habe immer versucht, die irgendwie zu motivieren. Man sitzt zusammen, hat eine fixe Idee. Ey, komm, wir machen eine GbR. Am Ende des Tages habe ich mehr Zeit verbracht, den Leuten irgendwie als Bittsteller schon fast hinterherzurufen, zu schreiben, zu texten, damit wir die wieder auflösen können, als wir gemeinsam Zeit in die Firma gesteckt haben. Triff deine Entscheidung allein, Gründe allein. Werd nie zum Bittsteller. Du kannst tote Pferde nicht zum Reiten zwingen. Du kannst auch dein eigenes Feuer, diese intrinsische Motivation, bin ich ein großer Verfechter, darauf zu hören, was will man, woher kommt der Antrieb. Aber externe Motivation bin ich ein Feind von. Funktioniert vielleicht im Gym für den letzten Satz irgendwie nochmal Kollege King irgendwie auf volle Lautstärke, aber nicht, wenn du dich selbstständig machst. Du kannst diese Leute nicht entfachen. Und ich kann dir auch sagen, das ist anstrengend, ernüchternd. Das hat mich oft zum Verzweifeln gebracht. Hey Bro, aber was machst du denn jetzt? Wir wollten doch heute. Mach's nicht. Hör auf dein inneres Feuer. Triff selber die Entscheidung. Lass das lodern, aber versuch das nicht bei anderen. Kauf dir lieber Expertise ein, aber mach dich nicht von Leuten abhängig. Nummer zwei. Akzeptiere von vornherein den Reality-Check-Kodex. Damit meine ich, lüg nie deinen Spiegelbildern. Guck mal, du kannst draußen hier und da mal flunkern. Bin ich auch kein Fan von. Kannst du meine Folge nochmal? Hör auf zu lügen, dir reinziehen. Aber ganz wichtig ist, wenn du in den Spiegel schaust, du musst bitter ehrlich sein. Sonst wirst du Prophet im eigenen Land. Denkst irgendwann, du bist besser als du es bist und so weiter. Sei immer ehrlich zu dir. Das heißt, übernimm Verantwortung. Wenn etwas nicht funktioniert, dann liegt es nicht daran, dass eine Person nicht erreichbar war oder dass gerade Sommerloch ist, Temperaturen zu heiß und so weiter. Deine Internetverbindung gerade nicht die beste war. Nein, es liegt nur an dir. Unternehmer sein bedeutet Problemlöser. So ich, und das hat mir sehr geholfen, habe so eine Zoom-Out-Routine. Einmal die Woche, es war früher mal Sonntag, jetzt mache ich das meistens am Samstag. Gehe raus, reflektiere, was war gut, was war schlecht. Aber egal, was schlecht war, okay? It's on you. Es ist immer du gegen dich selbst. Keine Ausreden. Das musst du akzeptieren, weil so viele Leute sind dann irgendwie an, ja, mein Geschäftsmodell funktioniert nicht und es liegt an den Leuten und hey, die haben ja alle gar kein Geld mehr und die wollen ja, so what? Du bist Unternehmer. Es ist dein Job, dieses Problem zu lösen, okay? Reality Check akzeptiert diesen Kodex. Wir sind zu uns bitter, böse, ehrlich. Sonst können wir nicht weiterkommen. Nummer drei. Setz Prioritäten und sei hier konsequent. Schau mal, es gibt, wenn du es mal so runterbrichst, ja, gibt's drei Säulen. Gesundheit, Liebe, Karriere. Das Ding ist, Work-Life-Balance, habe ich auch schon mal eine Folge dazu gemacht, versucht halt alles so im Einklang zu bekommen. Ich sag dir ehrlich, funktioniert nicht. Also bei den wenigsten, weil wenn jemand mit der gleichen Voraussetzung, wie du sie hast, ja, sich auf eine Säule fokussiert, in dem Fall ist es logischerweise die Karriere-Säule. Das heißt nicht, dass man bei Liebe und Gesundheit alles schleifen lassen muss. Das heißt nur, da ist die Prio. Ja, du kannst trotzdem jeden Tag 60 Minuten ins Gym. Das ist kein Problem. Aber du wirst wahrscheinlich nicht auf die Bühne gehen und nebenbei ein E-Commerce-Unternehmen hochziehen. Ja, du wirst wahrscheinlich nicht die Dating-Phase deines Lebens haben und die Frau deines Lebens finden und Verlobung und Hochzeit und so weiter, während du gerade das Unternehmen machst. Ja, gerade diese Dating-Phase nimmt ja viel Zeit in Anspruch. So tindern und rausgehen und so weiter. Also versuch das gar nicht erst. Ja, die Prio wäre in dem Moment, das ist hier ein Business-Podcast, Karriere. Und alles andere wird hinten angestellt. Das ist so. Ja, du musst überlegen, es ist immer dieses Hard-Work-Beats-Talent. Das ist aber Bullshit. Weil sobald einer das gleiche Talent hat, wird er dich mit mehr Arbeit immer schlagen. Ja, oder mit gleich viel Arbeit natürlich schlagen. Das heißt, jemand hat Talent, jemand steckt viel Arbeit rein, das ist Erfolgsgarant. Einfach nur zu viel zu arbeiten und nicht zu wissen, was das Talent ist, muss nicht funktionieren. Ein Talent zu haben und wenig zu arbeiten, weil man ja ein Talent hat. Funktioniert nur oder du schlägst halt die, die kein Talent haben und auch semi viel reinstecken. Ich glaube, du weißt, was ich damit sagen will. Ja, vermeide wirklich Ablenkung. Verbrenn Brücken. Wenn es deine Prio ist, verbrenn die Brücken. Ja, ich bin damals von zu Hause ausgezogen. Ich habe damals das Referendariat abgesagt. Ja, ich habe mich dagegen entschieden. Ich habe meinen Eltern Bescheid gesagt. Meine Mama war, Tom, ist das dein Ernst? Ja, unter Tränen aufgelegt. Freunde sind weggezogen. Ich war komplett alleine. Oldenburg, drei Jahre, nichts anderes gemacht. Ich habe nur mein Business aufgebaut. Punkt Nummer vier. Es gibt keine Shortcuts. Ja, außer die, die du dir selber erschaffst. So, das ist das Gleiche wie bei Social Media. Ja, welche Postingzeit, welche Hashtags, auf welcher Plattform, welche Hook. Alles schön und gut. Okay? Macht ein Prozent. 99 Prozent ist harte Arbeit. Ist ein Ziel setzen, runterbrechen, dafür arbeiten. Vergiss mal sowas wie, welchen Trick kann ich anwenden? Okay? Dude, das ist keine Zauberschau. Das ist hier keine Magie. Ja, das ist Blut, Schweiß und Tränen. Es gibt keine Shortcuts. Es gibt nur die, die du selber erschaffst. Ja, kein Kurs, kein Buch. Kann alles ein kleines Puzzleteil sein. Aber keiner liest ein Buch und ist danach reich. Ja, denke nach und werde reich ist das am meisten, würde ich sogar sagen, ist das oder am häufigsten falsch interpretierte Buch. Zumindest vom Titel her. Ja, du weißt ja selber, viele lesen viel mehr als den Titel gar nicht. Ja, denke nach und werde reich. Du wirst reich, indem du deine Hände nimmst, an der Tastatur oder wo auch immer damit arbeitest. Nummer fünf. Ändere dein Umfeld. Es gibt diesen Spruch. You can't change the people around you, but you can change the people around you. Wenn dein Umfeld dich runterzieht, ja, Energiewampire. Wenn die dir ständig sagen, mach das nicht. Ja, hör auf damit. Das wird nichts. Habe ich in den letzten Folgen auch schon drüber gesprochen. Dann nimmst du dir den Arm und sagst, hey, danke, dass du dir Sorgen machst. Aber ich habe hier eine Entscheidung getroffen. Punkt eins. Ich habe die alleine getroffen. Und es wäre cool, wenn du mich supportest. Wenn die es dann nicht machen, musst du sie hinten anstellen. Archivieren, stumm schalten. Ich weiß es nicht. Aber es ist nicht, ich finde, es ist unglaublich störend, wenn draußen dir alle Leute, sogar die, die dich ja eigentlich mögen, die auch du magst, sagen, hey, das wird nichts. Was willst du tun? Zeig mir deine fünf Freunde und ich sage dir, wer du bist. Da ist eine Menge Wahrheit drin. Ja, wenn alle deine Leute, gutes Beispiel, gerade hier aus München, wenn alle deine Freunde koksen, dann wirst du es irgendwann doch mal probieren. Weil du dir so denkst, hey, das machen ja alle. So, wenn alle am Wochenende Party machen, dann bist du ja einer davon. Deshalb ist es ja deine Klicke. Weißt du, wie ich meine? Such dir Leute, nicht um direkt mit denen Business zu gründen, aber einfach mal Austausch, Support, die nicht bei jeder Kleinigkeit sagen, ich habe es dir doch gesagt, ey, schmeiß das hin. Änder dein Umfeld. Sei für eine Zeit lang vielleicht auch mal alleine. Mir tat das sehr gut. Ich habe zu Hause gewohnt. Ich bin zwar Einzelkind, aber von zu Hause weg. Studium. Weißt du selber, wie das ist. Ständig mit Leuten. Und dann waren alle im REF. Viele auch eben nicht in Niedersachsen. Ich hätte sogar mit meinem Abschluss dort bleiben können. Aber es war keiner mehr in der Stadt. Das heißt, entweder gehe ich jetzt raus und lerne ganz viele neue Menschen kennen oder ich gehe einfach meiner Prio nach. Und ich habe mich halt für zweiteres entschieden. Nummer sechs. Löse das große Problem und dann die Kleinen oder lebe damit. Was ich damit meine ist, Leute haben den Elefanten im Raum. Und der Elefant im Raum, der ist nervig. Keiner hat Bock, den irgendwie zu beseitigen. Der ist schwer. Der stinkt. Ich weiß es nicht. Der steht da. Der ist da und man kommt irgendwie nicht weiter. Man kann nicht wirklich was machen. Wenn der da jetzt stünde, ich kann jetzt gar nicht die Podcast-Folge aufnehmen. Aber dann gehe ich bei und sage, aber der Elefant, bis ich den jetzt weg habe, komm, ich mache erst mal Mails. Ich kümmere mich darum. Ich baue mal ein Logo für mich. Nee. Krieg den Elefanten weg. Das ist halt der Punkt. Leute wollen immer die Sachen machen, die so in der Komfortzone liegen. So dieses, ach, ich habe sechs Punkte. Der eine ist richtig groß und fünf kleine. Ja, ich mache die fünf kleinen. Nein. Mach den großen weg. Die Kleinen haben dementsprechend, weil es ja kleine Probleme sind, auch nur kleinen Impact. Aber das große Problem hat großen Impact. Ja, das steht dir im Weg. Und du darfst diese Angst nicht haben und musst als Unternehmer diesen Elefanten rausbekommen. So, mach dir mal einen Zettel. Ja, wenn du irgendwie das Problem hast, ja, kleb dir einen Zettel an deinen Schreibtisch. So, auf dem Zettel steht, bin ich gerade produktiv? Löse ich gerade Probleme? Mache ich gerade Umsatz? Und wenn du es wirklich willst und du nicht mindestens, ja, sechs, sieben Stunden, wenn du das Fulltime machst, locker, sechs, sieben Stunden, ja, am Tag da drauf guckst und sagst, ja, dann hast du ein Problem. Ja, dann hast du ein Problem. Weil dann lügst du dich selber an. So, der Tag, 24 Stunden, wenn du Unternehmer bist, wie gesagt, kommt immer darauf an, naja, welche Verpflichtung hat man. Das muss man abstecken. Aber ansonsten, innerhalb der Zeit, man kann unglaublich viel schaffen in drei Stunden. Aber du musst eben die drei Stunden nutzen. Krieg den Elefanten raus. Ja, die Mails können meistens warten. Aber das Ding muss weg. Nummer sieben. Sei eine Learning Machine. Das ist tatsächlich etwas, was ich von Tai Lopez gelernt habe. Und das meint jetzt auch wieder zwei Dinge. Erstens, Infos da draußen gibt es genug, kostenlos. Ja, wir haben kein Informationsproblem. Wir haben eher ein Problem zu selektieren und die ganzen Infos, die wir im Kopf haben, also zu filtern und Müll wieder rauszuwerfen. Was es aber auch meint ist, dass du nie aufhören darfst, besser zu werden in dem, was du tust. Weil da warten Leute. Ja, das ist wie so ein Marathon, den du mit Leuten, den du halt mit anderen läufst. Und vielleicht bist du jetzt gerade vorne. Aber in dem Moment, ja, wo du aufhörst, irgendwie das Maximum zu geben, werden dich Leute überholen. Ja, da sind welche, die haben so ein Feuer, die warten nur, dass sie 18 werden, dass sie starten können oder wie auch immer. Versuch immer, immer besser zu werden. Und das meint sogar noch einen dritten Aspekt. Und zwar gibt es so Situationen, wo ich zum Beispiel, weiß ich nicht, auf einmal auf einem Event war, wo ich eigentlich keine Lust drauf hatte. Oder ich wollte nur diesen einen Speaker hören. Und jetzt kann ich mit meinem Handy im Foyer stehen, kann so ein bisschen rumswipen, bis dieser Speaker da ist und quasi Zeit verschwenden. Ich kann aber auch auf diesem Event versuchen, dann Kontakte zu knüpfen. Ich kann mir auch die anderen Sprecher mal geben. Ja, und immer aus der Perspektive heraus etwas lernen, was ich vorher nicht kannte. Du kannst auch mit einer Person, die etwas ganz anderes macht als du, die vielleicht sogar eine komplett andere Meinung hat. Ja, und du musst mit dieser Person jetzt aber gerade Zeit verbringen oder es gibt gerade dieses Environment, wo ihr zusammen seid. Dann kannst du sagen, boah, ey, mit der rede ich gar nicht. Ja, gar keinen Bock drauf. Oder du denkst, hey, spannend eigentlich mal zu erfahren, wie die Gegenseite oder jemand mit konträrer Meinung darüber denkt. Und dann öffnest du dich und auf einmal war das Gespräch für dich spannend, weil du jetzt Einwände kennengelernt hast, die du beim nächsten Gespräch behandeln kannst oder wie auch immer. Ja, aber der Tag, wo du aufhörst und sagst, boah, ich habe es geschafft, ich bin der Beste, ist Tag eins Richtung Karriereende. Ja, und diese Perspektive, man kann immer lernen. Ja, ich kann jetzt Harry Potter lesen und was lernen. Natürlich. Ja, über Fiktion, Fantasie, Kreativität und so weiter. Wie andere Leute oder wie das Phänomen, ich kann immer auf so eine Metaebene gehen und verstehen, warum so viele Harry Potter Fans sind und so weiter. Nummer acht. Du setzt Ziele und du erreichst sie. Heißt, Ziele setzen. Ich will das und das. Okay. Runterbrechen, in Aktion. Sonst sind es keine Ziele, es sind immer Wünsche. Du brichst sie runter. Du schaust immer, bist du on track. Wenn du nicht on track bist, also wenn du hinten dran bist, weil du hast es ja komplett runtergebrochen. Du weißt ja, was du nach zehn Tagen, nach 20 Tagen brauchst, um hinzukommen. Bist du nicht on track, änderst du dich das Ziel und steckst es tiefer, sondern du machst mehr oder bist effektiver und überlegst dir, Thema Problemlöser, okay, wie kann ich hier noch effizienter sein? No Quit Mentality. Ich mag auch tendenziell nicht, wenn jemand sagt, ich breche jetzt mein Studium ab im letzten Semester. Das ist Bullshit. Ich würde es lieber durchziehen, weil diese No Quit Mentality, dieses ich gebe nicht auf, diese Mentalität wird dir auch später viel bringen. Klar, wenn du jetzt im ersten Semester merkst, das ist es nicht, da gilt es nicht. Aber weißt du, es gibt Leute, die vor der Bachelor Prüfung dann sagen, nee, komm, die schreibe ich nicht mehr. Doch, schreib die mal. Dieser Schmerz, da wirst du oft dran denken und dieses Ding am Ende in der Hand zu haben, egal ob du es dann verbrennst, zerreißt oder wie auch immer, ist einfach so dieses, hey, ich starte und ich ziehe durch. Das ist bedeutsam. Nummer neun, werde zur unverwechselbaren Marke. Und damit meine ich jetzt gar nicht unbedingt nur deine Brand, sondern ich meine innerhalb von Marke auch am Anfang, dein Ruf, deine Reputation. Scam nicht den ersten Kunden, so nach dem Motto, ach, die Bäckerei von dem anders. Nein, du musst deine Grundsätze immer wahren. Ja, jeder Person, mit der du in Kontakt trittst, sollte von dir ein überdurchschnittliches Ergebnis bekommen. Schau mal, es gibt, wenn du jetzt an Dienstleister denkst, okay, Handwerker. So, du hast ein Problem zu Hause. Die Dusche bei mir musste neu gemacht werden. Jetzt kannst du mit einem Unternehmen in Kontakt treten und das Unternehmen sagt, boah, also ganz ehrlich, ja, Ende nächste Woche vielleicht. Ja, dann sage ich, boah, das ist aber spät. Sagen die, ja, keine Ahnung, take it or leave it. Okay, komm, dann nächste Woche Freitag. Und dann kommen die nicht. Ja, ich rufe an und dann, ist fiktiv, ne, die sind gekommen, aber ich rufe an und die sagen, ah ja, sorry, nee, wir haben es nicht gepackt, dann Montag. Das ist worst case. Wenn du anrufst und die sagen, ja, also diese Woche wird eng, aber Anfang nächster Woche. Okay, ja, die kommen aber auch um 15 Uhr am Montag, wie vereinbart. Die machen das, ja, ist alles okay. Du nimmst es ab, haben schon irgendwie ein bisschen lange gebraucht, aber in Ordnung. Kriegst die Rechnung, bist auch nochmal so, boah, dafür? Das ist average. Ja, das ist so dieses, okay, naja, sei es drum. Haken dran. Aber es gibt Unternehmen oder Dienstleister, du rufst an und die sagen, aber wir könnten heute noch einschicken. Ist nicht immer möglich, ne? Du, echt jetzt? Ja, klar. Kommt vorbei, guckt sich das Problem an, macht Bilder und zwei Tage später wird das ersetzt. Dann guckst du dir das an und sagst, haben sie jetzt an den Seiten die Fliesen auch gemacht? Und das Unternehmen sagt, ja, klar, das würde ja gar nicht matchen sonst. Außerdem war darunter vielleicht auch noch ein Lack oder eine Fuge, die wir neu gemacht haben. Du bist so, wow. Ja, das habe ich ihnen gar nicht berechnet. Wie gesagt, fiktives Beispiel. Aber das ist außergewöhnlich. Na, das heißt, du sprichst mit jemandem und du würdest sagen, ey, also wenn du mal ein Problem hast, ruf die an. Welches Unternehmen wird am Ende wahrscheinlich durch die Decke gehen? Und das im Kleinen solltest du immer beherzigen. Versuch, egal mit wem du bist, für wem du etwas tust, vor allem innerhalb deiner Expertise, also innerhalb deines Businesses, versuch immer das Maximum zu geben. 110 Prozent. Ja, es gibt Oberfahrer, du steigst ein, die labern dich voll, fahren wie besenkte Säue, ja, du lassen dich mitten auf der Straße raus, du steigst aus, wirst fast überfahren. Worst case. Es gibt Leute, die bringen dich von A nach B, ja, sind unfreundlich, keine Ahnung, im Auto riecht es irgendwie ein bisschen streng, telefonieren dabei, fragen nicht, ob das in Ordnung ist, aber du denkst dir, naja, komm, A nach B. Das ist wieder der Standard. Es gibt aber Oberfahrer, die sagen, ah, hier, spitz eine Flasche Wasser, Hustenbonbon, die fragen dich, wollen sie ein lockeres Gespräch oder soll ich sie in Ruhe arbeiten lassen? Keine Ahnung, nicht nervig sein, aber halt ein angenehmes Gespräch, ja, einen Witz machen, I don't know, auf einem Nenner sein. Und wenn die telefonieren, fragen die, haben sie was dagegen, wenn ich ganz kurz ein Telefonat führe, dann sind die leise beim Telefonieren. Du steigst aus, die wünschen dir einen schönen Tag, du sagst, hey, wie lange hast du heute noch? Ja, zwei Stunden, dann bin ich auch durch. Dann wünsche ich denen auch einen schönen Tag. Das ist wieder dieses, wow. Naja, ich glaube, du hast es. Das heißt immer, Reputation, Ruf. Klar, nebenbei sich eine Marke aufzubauen, werde ich immer ein Verfechter von sein, weil nur dann kannst du skalieren. Aber Leute, die am Anfang um jeden Preis für den ersten Kunden eine Edge halten, ich halte da nichts von. Ich halte auch nichts von gekaufter PR. Ich halte nichts von gekauften Awards. Ich halte nichts von gekauften Setups. Wenn du auf deinem Instagram ein Private Jet Bild hast in so einer Szenerie, die da aufgebaut wurde und du bist nie selber Private Jet geflogen, dann solltest du im besten Fall Schauspieler sein. Weil dieses Fake it until you make it streicht das mal. Okay? Die Leute sind clever. Social Media deckt auf. Es ist transparent. Don't do it. Ich habe früher, ich nehme mich da nicht raus. Ich habe sogar mal eine Fake Watch gehabt. Dubai auf so einem Hinterhofmarkt oder in so einem Zimmer, wo man so klopfen musste und so. Ich habe mir sogar mal eine gefälschte Uhr dort gekauft. Also klar, jeder geht da mal durch. Das ist völlig in Ordnung. Oder überlegt, ja, so ein Forbes-Artikel wäre schon cool. Ich habe mir damals auch diese Forbes-Counsel-Membership geholt. Ich habe irgendwann gedacht, warte mal, ich darf da nur schreiben, weil ich ständig coole zahle. Das ist doch irgendwie weird. Und war das wirklich so, dass die am Ende geguckt haben, ob ich eine Million Umsatz habe? Ich weiß es nicht, weil das musste man da nachweisen. Wenn ich jetzt starten würde, würde ich nie wieder machen. Und der letzte Punkt, kauf keinen unnötigen Bullshit. Ich weiß nicht, ob es Will Smith war, der es mal gesagt hat, aber ich glaube, von ihm habe ich die Quote gelesen. Man kauft Dinge, die man nicht braucht, mit Geld, welches man eigentlich nicht dafür übrig hat, um Leute zu beeindrucken, die man nicht mal kennt. Nicht machen. Beispiel hier. Und da bin ich schon relativ froh, ja, Shopping-Geschichten und so weiter. Aber ich war in dieser Studentenbutze in Oldenburg. Da habe ich meine erste Million verdient und hatte sogar viel zu viel Geld auf dem Konto. Und Leute haben immer zu mir gesagt, Tom, wohnst du immer noch in dieser 45, 50 Quadratmeter Butze? Und ich sage, ja, ich habe gar keine Zeit umzuziehen. Ja, ich arbeite ja hier. So, was bringt mir jetzt irgendwie ein Penthouse in Oldenburg? Nö. Ich bin von dieser Butze, wo ich studiert habe, hierher. Geil. Upgrade. Ja, aber hätte ich jetzt vorher ein Auto geleased in Oldenburg. Keine Ahnung, ob es das da überhaupt gibt. Penthouse in Oldenburg. Was hätte es mir gebracht? Ja, du musst dich eh entscheiden. Den Spruch habe ich schon mal gesagt. Ich will lieber, ja, durchziehen, lange, lange, klein bleiben. Ja, oder das ist eigentlich, bleibst du lange, es geht klein. Solange du es mit deinem Ego verkraften kannst. Bleib klein. Bleib unterm Radar. Ja, geh nicht raus und sag jedem, ey, guck mal hier. Nicht. Du ziehst damit nur Leute an. Du kennst die nicht. Die Leute wollen nur deine Geldscheine oder das, was du halt zeigst. Bleibst du lange, es geht klein. Und dann, ja, klar, so eine Bude motiviert. Aber ich würde hier auch nicht lange drin wohnen. Ich bin jetzt hier sieben Jahre. Wenn ich hier nur Party machen würde. Das war nämlich, als ich am Anfang diese Roomtour bei YouTube gepostet habe, meinen viele, ey, ich schwöre, wenn ich da wohnen würde, ich würde jeden Abend Netflix chillen, Mädels einladen. Ich sage, ja, das Ding ist, dann würdest du hier nicht lange wohnen. Ja, im Reichtum hustlen oder in der Armut chillen. Das ist das Ding. Klar, du kannst auch irgendwann mal durch bist. Alles in Ordnung. Ja. Aber ansonsten, solange es geht, klein bleiben. Dann, wenn es dir auch etwas bringt. Zum Beispiel in dieser Bude in Oldenburg könnte ich nicht diese Videos machen. Hätte ich gar nicht die Möglichkeit, den Platz. Aber würde ich jetzt hier nur chillen. Jeden Tag auf der Couch. Es würde mich nicht beflügeln. Und ich weiß nicht, wie lange ich dann hier noch wohnen würde. Das sind meine Punkte. Bitter ehrlich. One Take in einem durch. Es gibt keinen Cut. Der Kaffee ist leer. Mach was draus. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Nächste Woche Mittwoch. Nächste Folge. Und ja, bis dann. Rate diesen Podcast. Das wär's. Für alle, die auf YouTube zusehen. Es war Kaffee drin. Und check noch mal die Folge ab. Auch gut. Boah. Zwei Grad innerhalb der Folge. Hochgegangen. 8,24. Jahrhanehrmes. Ich weiß nicht mehr. Und durch Motiveлюс. Tut� speanziger.